so und zurück zur horizon zero dawn mitten in der finalen schlacht zwischen eclipser und meridian meridian steht gerade vollkommen unter der attacke ja und wir müssen jetzt schauen dass wir das ganze auch überleben wir haben zum lück eine recht gute rüstung die uns vor schaden bewahrt sind wir so weit der schild das hält und wir müssen jetzt quasi den weg frei kämpfen letztes mal haben wir hedios in den arsch getreten und ja in dem fall wenn wir heute na tics müssen wir uns hardes vornehmen besser müssen wir zur burg gelangt den weg frei schalten den weg frei schießen ich muss auf eine andere plattform nimm das mit ach naja hab ich gerade noch ein erfolg dem irgendwie helfen könnte ähm nö 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 drücken sie alles schon voll drücken sie drücken sie dann kann ich noch na toll soll ich mit der kanon hier wenn ich sie nicht gescheit naja man nach bit ranken wow so 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Komm schon, trifft das Ding! Was ist das? 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 Komm schon, trifft das Ding! Was ist das Ding? Okay, gut! Was ist das Zeugton? Was ist das Ding? 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 Das ist doch mal ne geile Schlacht! Was ist das Ding? 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 Von oben! Wo denn? Ach da! Was ist das Ding? 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 Komm schon! Das ist das Ding! das sei die Daunenböhle Maschine ich wusste es ich wusste es, dass sie sowas auch nochmal bringen ach komm schon, nimm die scheiß Waffe in die Hand nimm die Waffe in die Hand, Mädel so, stirb ich wusste es, dass sie ich wusste es, dass sie du lebst ich dachte, du wärst tot die anderen sind sie nein, nein zurückgeschlagen, verwundet, aber am Leben die Maschinen zerstörten das Dorf und zogen weiter sie marschierten zum Turm, dieses Ding im Schlepptau lass auf die anderen auftippen ich muss gehen das Entfernen des Chaos mit der Zerstörung ah, das geht Richtung Turm es wird immer dramatischer wir lenken sie ab jetzt seht ihr die wahre Sonne Schattendämonen m instance die die an m Unsere letzte Mission Hades aufhalten Die steht uns kurz bevor Die anderen kämpfen alle für uns Wir müssen jetzt quasi zum Turm Wir müssen Heilung nochmal mitnehmen Und dann losmarschiert Ist das begonnen? Hades sendet jetzt Hades sendet 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 Hades fields Hades sendet Hades sendet Hades sendet Hades sendet Ja! 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 Das bringt heute wenig gegen den... Ja! Ja! Die wird nicht ewig halten die Deckung Verdammt Aber ich weiß, was ich glaube ich machen kann Beseitigen! Eloy! Ignoriert uns! Wir haben es doch nicht abgesehen! Ich kann jetzt keinen Rückzieher machen! Der ist noch scherz! Kommen Sie nicht zu! Friss das! Friss das! Ja! Schmerzt mich viel! Sie dürfen uns nicht überrennen! Schmerzt mich viel! Verstärkung geschickt! Noch eine! Komm! Churisch! Okay, wow! Stopp. Das ist noch eine. Okay, faden scheint doch keiner. Das ist noch eine. Das ist noch eine. Achtung! Das war's. Ich muss ihn ganz schnell besiegen irgendwie. Ich muss ihn ganz schnell besiegen. Ich muss ihn ganz schnell besiegen. Es ist noch Zeit. Es ist noch Zeit. Ich muss ihn ganz schnell besiegen. Ich habe gerade irgendwie geklingelt. Ich muss ihn ganz schnell besiegen. Aggression intensivieren. Sie wollen antreifen, ey, Leute. Ich muss ihn ganz schnell besiegen. Kleinen Zack mit dir zu spielen. Gut, dass ich die Rüstung habe. Gut, jetzt die Pfeile alle. Komm, beeil dich, ey, lol. Jetzt bleibt nur noch eine Metallbästie. Ich bin ein Ballbästie. Ich bin ein Ballbästie. Ich bin ein Ballbästie. Ich bin ein Ballbästie. Knapp, knapp langsam. Ich bin ein Ballbästie. 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 Ich bin ein Ballbästie.